Mein Name ist Lothar Führinger. Ich bin Softwareentwickler bei der Firma Laufer Pressen im schönen Haupteim Neckar im Schwarzwald. Wir bauen Pressen in den verschiedensten Bereichen, zum Beispiel Metallumformung, Pulvertechnik, Laminiertechnik oder Kunststofftechnik. Die E-Line 12 zeichnet sich besonders durch ihre hohe Positionier- und Wiederholgenauigkeit aus, wo wir im Pressen bei unter einem Mikrometer liegen. Dies wird auch erreicht durch die innovative mechanische Bauweise dieser Presse, die den Kraftfluss erheblich verkürzt. Diese Eigenschaft ermöglicht es uns, hohe Synchronität auch unter Teillast zu erreichen. Auf dieser Pulverpresse stellen wir Präzisionsteile im Axialpressverfahren her, die aus rieselfähigem Material bestehen, zum Beispiel Metallpulver. In der E-Line 12 verwenden wir ein Antriebssystem von Baumüller. Hier setzen wir Tortmotoren für die Achsantriebe ein, die durch Umrichter in Anreihtechnik im Schaltschrank betrieben werden. Die Tortmotoren von Baumüller zeichnen sich erheblich durch ihr hohes Drehoment und durch ihr niedriges Reichhaltverminder aus. Durch die native EtherCAT-Verbindung zu den Baumüller-Umrichtern konnten wir unsere Zykluszeiten erheblich verringern. Außerdem ersparen wir uns sehr viel Vertratungsaufwand durch die integrierte Safety- und FSOE-Verbindung der Baumüller-Umrichter. Unterstützt werden wir dabei von der Firma Baumüller durch die Speziallösungen, die sie uns anbieten, maßgeschneidert, wie zum Beispiel dem bauraumoptimierten Torquemotor in der E-Line. Unsere Partnerschaft wird dadurch ausgezeichnet, dass wir eine enge Zusammenarbeit in der Auslegung und sehr schnellen und sehr guten Support von fachkompetenten Mitarbeitern von Baumüller bekommen. Untertitelung des ZDF, 2020 Die Vorderung des ZDF die Farben haben in der Pfaff noch nie verletzt, Von der Berhauf mir und da war.